Man sagt, es gäbe einen Mann, erschaffen von den gefährlichsten Kriminellen der Welt, aufgezogen von einer verbannten Bruderschaft der Kirche, auserkoren, die Welt von dem Bösen zu befreien, das sie befallen hat. Die meisten glauben, seine bloße Existenz sei eine Sünde. Nur wenige wissen, er ist ein notwendiges Übel. Wer bist du? Da, wo ich herkomme, gab man uns keinen Namen. Man gab uns Nummern. Was war deine Nummer? 47. Hitman. Jeder stirbt alleine. Ab 13. Dezember nur im Kino.